Global Blue Chips in Franken oder Global Blue Chips in US-Dollar? Diese Frage halte ich vermehrt von vielen Leuten aus der Schweiz, die ihr Depot bei You haben. Viele kennen den Unterschied gar nicht und meinen sogar, das ist derselbe ETF. Aber aufgepasst! Der Global Blue Chips ETF auf You in Franken und US-Dollar ist nicht ein und derselbe ETF, wie viele vielleicht fälschlicherweise meinen. Denn auf den ersten Blick mag das so ausschauen. Aber wenn wir uns genauer anschauen, verstecken sich dahinter zwei verschiedene ETFs. Zum einen ist das der ausschüttende Vanguard Fuzzi All World ETF und zum anderen ein thesaurierender MSCI World in Franken gehätschter ETF. Wir werden uns beide etwas genauer anschauen und vielleicht werdet ihr nach diesem Video genau wissen, welchen dieser ETFs ihr vielleicht in euer Portfolio reinnehmen möchtet. Und einfach eines vorweg, ich selber besitze ebenfalls einen dieser beiden ETFs in meinem eigenen Portfolio bei You als auch bei Swiss Quote. Also, schauen wir uns das mal etwas genauer an. Der Vanguard Fuzzi All World hat eine Gesamtkostentheer von 0,22% und notiert aktuell um die 94,95 Franken. Das heißt, wir können den natürlich in Franken kaufen, aber natürlich eben auch in US-Dollar. Und bei You ist es tatsächlich so, dass wir jeweils den Vanguard Fuzzi All World in US-Dollar kaufen. Zunächst einmal ist das völlig egal, denn der ETF an sich selber sowieso in US-Dollar notiert. Das Einzige, was uns hier vielleicht nicht in die Karten spielt, ist, dass wir unsere Franken in Dollar zuerst wechseln müssen. Das heißt, hier fallen allenfalls Wechselgebühren an. Ich persönlich kaufe diesen ETF bei Swiss Quote in Franken. Das heißt, da verspare ich mir letztendlich einfach die Wechselgebühren. Aber letzten Endes ist der ETF so oder so in US-Dollar. Das ist auch der Grund, weshalb die Ausschüttungen respektive die Dividenden des ETFs so oder so in Dollar kommen, auch wenn man ihn in Franken kauft. Die Zusammensetzung schaut so aus, dass ungefähr 56% in den USA sind, 6% in Japan, 4% Großbritannien, 3% China und der Rest verteilt nochmal gut 30% über diverse verschiedene Länder. Und es sind Tausende von Unternehmen in diesen entsprechenden ETF. Wer also jetzt diesen ETF bei You kaufen möchte, kann das aktuell leider nur in US-Dollar tun, muss also sein Geld wechseln. Bei Swiss Quote hat man die Möglichkeit, ihn auch in Franken zu kaufen, muss also sein Geld nicht wechseln und spart somit dann auch die Wechselgebühr. Es lohnt sich aber so oder so in allen Fällen ein US-Dollar-Konto zu haben, damit man die Dividende einfach in US-Dollar mitnimmt und diese auch nicht nochmal wechseln muss, damit man Währungswechselgebühren vermeidet. Ihr könnt hier an dieser Stelle einfach mal vorweg mit 50 Franken Trading Credit einiges an Ordergebühren und Co. sparen. Dazu habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr den Code You Sparkoyote verwendet und nach einer neuen Depoteröffnung 1000 Franken auf euer Konto einzahlt, dort dann direkt die 50 Franken Trading Credit für eure ersten Investment nutzen könnt. Alle Infos zu der Aktion gibt es unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für den Support und den Support dieses Kanals. Aber weiter geht's. Weniger Gebühr bedeutet also mehr Rendite. Ja, schauen wir uns mal den iShares MSCI World CHF Hatched an, also der in Franken gehätschte MSCI World ETF. Zum einen haben wir hier natürlich eine Gesamtkostentheer von 0,55%. Das liegt daran, dass er in Franken gehätscht ist. Was bedeutet das genau? Das heißt, er ist auf die Schweizer Frankenwährung abgesichert. Das ist der Vanguard Futsi All World nämlich nicht. Das bedeutet, dort haben wir die Währungsrisiken, aber auch Währungschancen. Bei diesem iShares MSCI World, dadurch, dass er auch Franken gehätscht ist, haben wir dieses Risiko mehr oder weniger etwas ausgehobelt, aber natürlich dementsprechend auch eine geringere Rendite, aber eben auch teurere Gesamtkosten. Auch die Aufteilung ist hier völlig anders, denn wir haben hier fast 65% USA, 6% Japan, 4% Großbritannien und 3,4% Schweiz. Hier fehlt zum Beispiel China und andere Emerging Markets Länder, denn im MSCI World ist Emerging Markets nicht vorhanden. Im Vanguard Futsi All World ist es drin. Das heißt darum, China wird hier in diesem MSCI World nicht drin sein. Zudem ist es ein Tesaurierender, da seht ihr daran, dass in Klammern ACC steht, das steht für Accumulating, das bedeutet auch hier bekommt ihr keine Ausschüttungen, sondern es wird automatisiert letztendlich wieder reinvestiert für euch, ohne dass ihr das letztendlich merkt. Das heißt, hier habt ihr definitiv schon mal den großen Unterschied, er ist nicht ausschütten. Und der viel, viel größere Unterschied ist nämlich die Rendite. Schaut man sich die Rendite im zum Beispiel laufenden Jahr an, ist der Vanguard Futsi All World ohne Franken-Hedge deutlich besser unterwegs mit 7,55% versus 6% beim MSCI World. Dann, wenn wir in die vergangene Performance gucken, sehen wir durchweg, dass der Vanguard Futsi All World praktisch eine bessere Performance hat mit dem Ausnahmejahr 2020. Da war der Vanguard Futsi All World deutlich schlechter, aber ansonsten fahren wir eigentlich mit dem Vanguard Futsi All World nicht unbedingt wesentlich schlechter und wir haben zusätzlich auch noch die Ausschüttungen, die wir regelmäßig, quartalsweise haben. Wenn ihr mehr solche, auch vielleicht praktischen Vergleiche von zwischen zwei ETFs oder mehreren ETFs oder spezifische Investments und Aktien möchtet, schenkt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen und es würde mir auch zeigen, dass euch solche Videos helfen und auch gefallen. Schauen wir uns das nochmal etwas genauer an. Wie finde ich überhaupt bei Juraus, wie der ETF genau heißt? Viele Leute denken sich, ja, der heißt Global Blue Chips. Nein, das ist einfach nur so ein Oberbegriff. Ihr müsst dann definitiv runterscrollen, dass ihr dann sehen könnt, okay, der Global Blue Chips ist der VWRD. Dann steht auch der ETF-Name, Doppelpunkt, Vanguard Futsi All World und entsprechend auch die ISIN. Das ist eine einzigartige Nummer, mit dem ihr letztendlich überall über Google oder auch über andere Plattformen diesen ETF finden könnt. Also ein anderer ETF wird nicht diese genaue ISIN haben, die ist eindeutig, ja. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr weiter runter scrollt, auch im Termsheet oder wichtige Informationen zu diesem ETF zu sehen. Immer super, super wichtig. Bevor ihr investiert, schaut euch das etwas genauer an. Beim Global Blue Chips in Franken sehen wir dann auch direkt, hier ist das der IWDC und eben der IHS-MSCI World Franken-Hatched Accumulating. Accumulating, ACC, das bedeutet erst nicht Ausschüttung. Und auch hier wieder, die ISIN ist eine völlig andere als beim Global Blue Chips USD und da merkt ihr, vom Oberbegriffenamen in der U-App ist es praktisch derselbe, aber wenn man genauer guckt, sind es doch zwei sehr durchaus verschiedene Investments und auch mit verschiedenen Ansätzen. Das heißt, wir haben hier keinen Cashflow. So, als Fazit sehe ich den Global Blue Chip in, also CAF, also das ist der Hatched ETF, ja, eher als unnötig an, muss ich ganz ehrlicherweise zugeben, finde ich persönlich zumindest. Er mag zwar so diese Sicherheit mit sich bringen, also die, die wirklich so auf Sicherheit sind, können den durchaus ins Portfolio nehmen, aber letztendlich, historisch gesehen, hat man natürlich auch etwas weniger Rendite und etwas mehr Kosten dadurch akkumuliert. Es fehlt zudem auch Emerging Markets, sowas wie China und Co., was die Diversifikation ebenfalls schmälert und dadurch man tatsächlich vielleicht noch einen zweiten ETF mit reinnehmen müsste, der halt eben diese Teile abdeckt, wenn man wirklich die ganze Welt abdecken möchte. Das hat man beim Vanguard Fuzzi All World nicht. Ich persönlich bespare den Vanguard Fuzzi All World, die ausschüttende Variante. Das soll aber keine Anlageempfehlung sein, sondern das ist einfach meine persönliche Meinung, wie ich das handhabe. Und ja, er ist auch über You besparbar, halt eben leider nur in US-Dollar, was halt eben diese Wechselgebühren einmalig von Franken in US-Dollar mehr oder weniger verlangt. An sich würde ich einfach an dieser Stelle sagen, schau dir dieses Video an, um deine Finanzen aufs nächste Level zu heben und langfristig deine Strategie für deinen Vermögensaufbau und deine Investments zu machen. Darum hier, dieses Video sollte ein unbedingtes Muss für dich sein.